Nein, ich hab ihn verfehlt. Ja, ich hab gewonnen, Leute. Endlich 2021. Frohes Neue und damit heim, Leute. Und willkommen zu einer neuen Folge Murder Mystery. Was so gut heißt wie... Murder Mysterium? Ja, ist auch egal. Ja, letztes Mal haben wir als Mörder total versagt. Und ja. Ich hoffe, diesmal kann ich es besser schaffen. Hier noch ein Geheimgang. Ja, ich kann es euch erklären. Nun wurde es einfach zu kalt. Er hat versucht, die Heizung aufzudrehen. Doch er hat sie runtergedreht. Und deswegen ist er hier eingefroren. Ja. So, Leute. Und jetzt habe ich endlich dieses Sitz-Emote. Yeah. Ich will nicht Sheriff sein. Ich will Mörder sein. Wieso gibst du mir Sheriff? Ich will kein Sheriff sein. Schade, ich mag es nicht Sheriff sein. So, so. Oh, wer ist Mörder? Ich weiß nicht, ob ich lieber unter den Menschen auftauchen soll oder ob ich lieber allein bleiben soll. Kommen wir nicht zu nahe. Ich bin Sheriff. Ja. Aber du weißt... Nein? Okay, die war es auf jeden Fall nicht. Ich will es gar nicht, dass du wissen. Ich will es gar nicht, dass du... Nein, 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 nein. Mann! Wer ist Mörder? Wer ist Mörder? Ich zeige nicht meine Waffe, bis bald... Ohohohohoh. Ohohohoh. Wer ist Mörder? Ja, wir haben hier schon unser erstes Opfer. Und wer ist Mörder? Wer? ja geschafft leute und schuldig jup aha oh nein tschüss 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 oh das war knapp das war knapp das war knapp liebe leute oh tsch ja herzlichen glückwunsch an dich und schuldig jup party was wie das wie wo was man warum ja herzlichen glückwunsch an dich und schuldig auf mir zu folgen nein wagt es nicht wagt es nicht mehr zu folgen nein hört auf mich zu vor mir man die leute lieben mich als opfer wisst ihr ja sollte nicht eigentlich st nikolaus heißen ah ich verstehe dass der ersteller als weihnachtsmann verkleidet aha ich hab dich jetzt nicht gepuppt sie sind verhaftet ein ganz toller tag zum angeln nicht papa ja papa du sollst mich auf den schoß nehmen und dann hinschelte mich auf den kopf unschuldig das ist so ätzend wenn man unschuldig ist wie ist das jetzt passiert aha du warst der mörder okay herzlichen glückwunsch an dich oh leute jetzt wird's spannend jetzt wird's spannend jetzt wird's jetzt wird's richtig spannend ja wir gehen wieder den gleichen weg oh hallo lieber nachbar ich hoffe du bist heute auf deinem ende was wie habe ich es geschafft hab ich alle umgebracht das brauchst du ne nacht wo ist der andere es gibt noch einen boah ich töte hier alle wo bist du bist du ich glaube ich bin in Gefahr ich bin in Gefahr ich bin in Gefahr ja ich hab gewonnen leute diesmal hab ich gewonnen yeah so leute falls euch das video gefallen hat könnt ihr gerne daumen nach oben lassen und falls ich noch eine dritte folge davon machen soll dann sollen wir mal die 20 likes schaffen und ja dann sag ich wieder mal tschüss und auf wiedersehen das ist doch das das ist doch weil wenn kein